Ich finde, dieser Film wurde gemacht, um damit zu sagen, dass man mitmachen soll, Frieden zu schliessen, also sich dafür einsetzen und nie was sagen. Wir Kinder sollen zusammenhalten und den Erwachsenen zeigen, wie Frieden wirklich geht. Or even visit the same library, but yeah, we can get up the road. Ich hasse. Hallo? Hey, ich habe die Idee. Machst du auch mit? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ich mache mit dir. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Hey, Jenny. Mama macht mir auch mit. Was? Bitte, bitte, bitte. Okay. 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 surrendecken, Okay. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir versuchen eine Plattform zu kreieren, um andere Institutionen, Vereine, Privatpersonen, Künstler, Darsteller, jeden einzuladen. Vor allem aber auch die Wirtschaft in der Form, dass wir eben auch Sponsoren einladen, sich aktiv für Frieden einzusetzen. Unsere Werte sind ganz klar. Wir reden über einen Frieden, das in jedem Einzelnen schon existiert. Also nicht einen Frieden, den man noch kreieren muss, sondern ein Frieden, was jeder schon mit sich bringt. Dass wir diese Quelle, diese inneren Ressourcen, dass wir die anzapfen, dass wir dort die Möglichkeiten bieten, dass Menschen sich begegnen können und in einem Dialog friedlich miteinander umgehen. Eben Familien und Freunde und einfach zusammen zu haben. Und auch wenn man jemand als Mag oder ja, das ist für mich Frieden. Okay, und jetzt gehen wir zum Skos. Skos? Skos. Skos. Wenn ein Auto kommt, muss man es heute immer so ein Wacken. Die Stamm ist konzentriert. Ich kann nicht gehen. Du bist nicht gern. Stopp! Ja, schon. Hör auf! Moment, Ruhe, halt da. Nicht laufen, weil diese Steine machen. Okay? Warte noch mal, bitte. Ruhe! Also wenn ich heute mit den wichtigsten Politikern reden könnte, dann würde ich denen sagen... ...dass ich es besser machen soll. ...dass ich es besser machen soll. Ah!